Der Balkan ist ein Pulverfass, bildlich gesprochen, der Arsch der Welt. Du bist an einem Ort angelangt, den ich vorläufig als eine Hämorrhoide im Arsch der Welt bezeichnet habe. Der Arbeitstitel, ziemlich blutig, frei nach dem Motto, hier wirst du kreuz und quer durchgefickt von mir und nochmal von mir. Aus dieser Perspektive sieht der Arsch der Welt aus wie Palma de Mallorca.